Real Madrid hat zum elften Mal den Henkel-Pokal in die spanische Hauptstadt geholt. Bei der traditionellen Parade auf der Plaza de Sibeles feierten Europas Champions zusammen mit zehntausenden Fans. Trotz aufkommender Routine war der Jubel grenzenlos. Realkapitän Sergio Ramos und Elfmeterheld Cristiano Ronaldo präsentierten den Madridistas nach einer langen Partynacht den weltweit wichtigsten Vereinspokal. Das weckt Vorfreude auf die EM in Frankreich.